Es ist immer noch Freitag, der 13. Es ist mein Glückstag. Ich habe das Recht, glücklich zu sein. Yeah, Baby, yeah. Onkel, benimm dich. Ich denke gar nicht dran. Die Sonne scheint mir mitten ins Gesicht rein und ich freue mich. Es ist Wochenende. Ich bin jetzt bei der Fußpflege. Im hohen Alter musst du doch auch an dich selber denken. Es ist sehr beschwerlich. Ich komme da nicht so gut ran. Outsourcen heißt auch Verantwortung abgeben. Und Macht kann nur der haben, der sie wirklich abgeben möchte. Ich möchte das. Ich möchte die Macht abgeben. Und zurück in die 80er. Nee, nee. Wir gucken. Gucken vorwärts. Ich weiß, dass diese Zeit voller süßer Veränderungen ist. Und ich bin stark genug. Ja, ich möchte das. Wenn ich von der Spezialbehandlung wiederkomme, gibt es eine Belohnung. Ich will am Küchentisch sitzen und die Klappe halten und glücklich sein. Was denn sonst?